Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind in der Hagerstraße und da ist genauso wie in der Münnerstraße eine neue Thematik für die Verkehrssicherheit in der Stadt Erding. Geschwindigkeitsanzeige, Veranstaltungshinweise, Schulweg-Sicherheit soll mit diesem elektronisch steuerbaren und immer auch individuell gestalterischen Verkehrsregelungseinrichtungen ein Beitrag sein zur Verkehrssicherheit, aber auch der Hinweis, immer Selbstreflexion zu betreiben, ob man nicht auf das eine oder andere besser aufpassen kann. Jetzt im Winter natürlich die Glatteis-Hinweise, nicht nur für die Autofahrer, sondern auch die Radfahrer und die Fußgänger. Kurzum, die Stadt Erding weiter mit einem modernen Element in der Verkehrssteuerung für die Sicherheit von uns allen.